Ah, Datei mal reparieren. Ja, könnte ich mal versuchen. Also dann, ja, die Tage. Das ist wirklich merkwürdig. Anscheinend habe ich, hat er automatisch hier gespeichert, oder? Warte mal. Ähm. Ja. Okay, das ist jetzt lucky as fuck. Geil. Wie, okay. Das, das ist wirklich sehr glücklich. Oder lucky, ja. Cool. Also, nichts passiert. Ah, Mini-Hard-Attack, ja. So, dann werde ich mal ein wunderschönes Bild malen. So. Das da werde ich dann neu mal. So. Ah, okay. Der Luftballon aktualisiert. So. Jetzt alle fünf Minuten, äh, speichern. Ja. Ja. Oh, ist die aufgeregt? Tschau. Oh. So. Warte. Am besten. Ups. Ah, komm. Ich, ich, ich will die, die Stadt im Hintergrund haben. Ich, ich. Ja, komm mal. Ich mach es weiter weg. Entschuldigung. Du kannst doch nur noch ein bisschen, oder? Nee, kann sie nicht. Oh Gott, scheiße. Ich hab's verkackt. Entschuldigung. Oh. Okay. Ich hab's verkackt. Entschuldigung, mach nochmal. Nochmal. Hey, du hast nicht meine Ballon-Kraft in Flugzeug. Ja. Soll ich es wieder in Flugzeug nehmen? Great. Warte. Ich bin bereit für den Flugzeug. 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 Ähm. War das jetzt das Bild, oder wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich, ich mach, äh, einfach noch eins. Nee. Ich glaube, das, das reicht schon. Aber es kam keine Aktualisierung. Hm. Wahrscheinlich ich fand die, äh, Blumen zu groß. Ah da. Bild anbieten? Und das wird funktionieren? Oh, richtig. Das wird die Leute interessiert. Jetzt. Es ist für dich, sicherzustellen, dass die kinder Leute von Eastshade den Flugzeug sehen. Oh, ich bin sicher, dass du den perfekten Flugzeug findest. Ja. Werde ich tun. Sehr schön. So, dann schaue ich mal. Ähm. Okay. Das, äh, ich konnte gar nicht die, ähm, das überarbeitete Bild gar nicht sehen. Schade. Ähm. Ähm. Aber, dann werde ich mal in die Stadt gehen. Und dann auf jeden Fall, speichern. Und dann auf jeden Fall, ähm, das Bild irgendwo hinhängen. Und dann den Passierschein für oben holen. Und dann das Bild für die Mama mal. Und dann... Schauen wir mal. So. Wo viel los ist, hat sie gesagt. Also, Marktplatz, oder? Flup. Ist hier dann irgendwo eine Markierung? Warte mal. So. 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 Ähm. Der Luftballon. Ich, äh, hab so etwas hier ein Poster für ein... Ähm, für die... ...Pilotin gemalt, sie bat mich... ...auf einen geschäftigen... ...Platz hinzuhängen. Kann ich ihm das geben? Willkommen zurück. Wir haben viel mehr Patronen, die in deinem Arbeit interessiert haben. Was kann ich dir aufbauen? Du hast jetzt einen guten Tag. Hast du einen Patron? Natürlich. Würdest du einen Glowstone an den Schadien-Post, damit wir das Papier frei halten können, ohne Apps und unmotiviertes... Danke für deine Unterstützung! Irgendwo aufhängen. So, ich meine hier ist ja auch immer viel los, ne? Ein bisschen... Bis hier... also die Schriften ist ein bisschen zu groß, ne? Oh! Na gut. Muss eine flache Ding sein. Ähm... Was ist denn hier viel los? Dann halt da unten, ne? Bringt das einfach irgendwo hin anstatt... ...vor die Flugbläden. Ja. Zum Glück habe ich keine inneren Monk. So, dann häng ich's mal hier hin. Ähm... Hier. Schön beleuchtet. Oder auch nicht. So. Ja, passt. So, ähm... Hallo. Interessiert in einem Buch? Ah... 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 Ähm... Fische des... Forell... Äh... Felsschrumpflusses. Ähm... Warte... äh... Ich brauch... ähm... Äh... Sandfisch. Ähm... Schlechten Ruf? Bootsfahrer... Großwetterchen. Wie er... Verwüstung... Im Senkwaldsee... Verwüstung. Was ist los mit dir? Geht's dir gut? Hallo? Ist dir kalt? Oh... Der Arme. Ähm... Schluckt... Gro... Gro... Schotter... Was ihm erlaubt schwer oder... Er jagt Donnerforellen... Im Sunshine... Okay... Donnerforellen... Kann ich Donnerforellen kochen? Ähm... Donnerforellen... Super... Gut... Ihm ist kalt... Ja... Glaub auch... So... Ähm... Äh... Steig in die Lüfte empor... Ähm... Luftfahrzeug... Bietet neue Horizonte... Geschrieben von... Esther... Clarkwell... Eine neue Attraktion... Die ist auch nicht neu... Er ist direkt vor den Toren unserer geliebten Stadt gelandet... Ich durfte in einem Ballon namens Zehenswürdigkeitsaufzug fahren... Passieren... Er fährt an Arme... Aber besser als in die anderen... Eine große Luftgefüllten... Eine... Luft... Gefüllten... Konstruktion... Die fliegen kann... Vor vielen Jahren ist der Pfad... Auf die ruhelosen Gipfel... Vom vielen Regen ausgewaschen und unbetriebbar gemacht worden... Ähm... Mit diesen neuen... Mit dieser neuen Erfindung ist das Gebiet endlich wieder erreichbar... Captain Ned Nessa... Die Erfinderin des Schiffs... Ist eine ehrgeizige Pilotin, die gerne andere mit in die Lüfte nimmt... Diese unvergesslichen Erfahrungen wird... Der herzender Bewohner von... Blablabla... Okay... Also haben wir's... Geschafft... Ähm... Ich sollte nachsehen, ob die Pilotin Kundschaft war... Das werde ich gleich machen... Aber zuerst gehe ich nochmal hier hoch... Hätte ich schon wieder fast vergessen, ne? Steige... So... Ups... So... Da hoch... Und dann werde ich mal nach dem Pastierschein A38 fragen... Ich weiß, es ist eine spektakuläre Sicht... Außerhalb davon... Ist es eine spezifische Gründe, dass du da drüben musst? Ja, meine Mama... Ich möchte da oben malen... Ich will nur die Aussicht gewiesen... Ich möchte da oben malen... Ich weiß... Well... Ich will dir was... Hilf mir mit der Wahrheit über Melex Elixir... Und ich bekomme dir einen Pass... Ich bin ja schon dabei... Äh... Dammit... So... Na gut... Dann müssen wir... Auf jeden Fall... Die... Letzte... Heiße Quelle suchen... Und ich glaube... Sie ist in... Der Eishürde... Die wir... Betreten müssen... Und dann... Auf jeden Fall können wir jetzt... Äh... Also... Das mit den Luftballons machen wir nochmal... Oder... Beenden wir... Und dann... Würde ich sagen... Äh... Gehen wir fischen... Weil jetzt haben wir... Den Köder... Für den Fisch... Der ist gut... So... Wir haben jetzt... Inspiration... Fünf... Okay... Bei der können wir jetzt... Jetzt ja auch selber fliegen... Das gibt uns bestimmt nochmal Inspiration... Schade... Ich bin... Gerade echt... Erleichtert... Dass... Das Internet gerade noch geht... So nicht wieder... Abgekackt ist... Und... Natürlich... Das Spiel... Ist... Nur einmal abgekackt... Aber... Hat... Zum tüch... Kurz davor gespeichert... Mein altes Partner... Der Verlehrer... Wir haben es getan! Dieser Flieger... Hat wirklich den Trick... Ich hatte... Ein ganzes Grupp... Er hat... Ein ganzes Grupp... Ich habe... Ein ganzes Grupp... Er hat mich wirklich... Er hat... Meine Invention... Wie würde dir... Ein Rett auf die Mountain... Ja, Mann... Das ist der... Der Geist... Der Geist... Ein bisschen... Ein bisschen eng hier, ne? Sollen wir hier zu zwei, drei? Oder, warte. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ah, jetzt halt. Okay. Ich habe es kaputt. Willst du hier nicht zumachen? Ich stehe hier gerade am Abgrund. Und woher kommt eigentlich die heiße Luft? Egal, es ist schön. Ich halte schon den Mund. Voll weiß. Was ist das? Ein Faser, oder? Hm. 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 Das sieht cool aus. Kann ich hier oben malen? Nee, okay. Schade. Ach, wir landen jetzt hier? Ach, das ist ja cool. Boah, der Wind gerade, ne? Ruhelose Gipfel. Ah. Ah, ist nur so wenig. Wir sind voll inspirierend hier. Was ist los mit mir? Das ist ja zu. Ach so. Ah, das ist der. Und hier sind wir. Einmal mehr spektakulärer, als ich immer träumte. Schau dir frei, um zu gehen und zu gehen. Ich nehme dich zurück, wenn du fertig bist. Cool, danke. Ah ja, hier ist ja... Ja, okay. Ich halte schon den Mund. Alles gut. Voll krass. Na schön. So, hier geht ein Weg hoch und da. Ich geh erstmal da zum Gipfel. Jetzt verpasse ich aber wahrscheinlich den Treffpunkt, ne? Weil es ja schon Nacht ist. Hm, schade. Ja, voll die spitzen Steine hier. Und voll steil hier. Erbogen scharf. Freigeschaltet. Wow. Was ist das hier? Hm. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Verschneite Berglandschaft. Das sieht doch hier cool aus, ne? Ja. Mit den kleinen Luftballonen unten. Ja. Oh, der Luftballon sieht ja echt süß aus. Sehr schön. So. Ähm. Eishöhle genau. Ah, ist hier voll schön. Schönes Bild. Ja, finde ich auch. Mamas Auftrag nicht vergessen. Was war das denn mit Mamas Auftrag nochmal? Ähm. Den höchsten Gipfel. Und... Tiffmoor. Warte, den höchsten Gipfel? Also quasi da, wo ich gerade drauf bin. Ähm. Würde ich meinen, oder? Also wir, wir sind gerade echt hier hingeflogen. Genau. Dann male ich wahrscheinlich... Warte, ich schau mal kurz, ähm. Wohin der zweite Weg führt. Vielleicht führt er zu irgendein... ähm. Coolen... Place. Ruby. Wo man dann den fetten Gipfel dann zeichnen kann. Oder mal. Entschuldigung. So. Hm. Äh. Hier. So. Immer wenn ihr Mama sagt... Glaub ich... Jede Sekunde jemand... Für eine Sekunde. Cool! Nice. Yes! Ah, wie will der Typ von dieser Quelle hier speisen? Das ist voll unlogisch. Hier kommt man ja nur mit den Highslope Allong hin. Hm. Also. Hat er ja nicht. Er hat seine Wasser von einer... Also. So. Aber das ist ja hier kein... Kein schönes Bild. Das ist ja kein schönes Bild hier. Aber reicht es für die Erinnerung von der Mutti? Warte, äh. Einen riesigen Baum. Die Klippen. Den höchsten Gipfel. Und die Aussichten von Gemeindeturmen. Äh. Zeit. Ja, stimmt. Wir könnten... Mal wieder eine Pause machen. Eine klitzekleine Pinkelpause. Und Schokoladenholpause. Und Trinkenholpause. Ähm. Ich male jetzt einfach mal den Gipfel. Also ich weiß nicht, ob er... Ob das das Bild ist, was die will. Aber... Ja, warum nicht? Ne, ist es nicht. Okay. Egal. Mal. Dann male ich den... Von irgendwo anders aus. Aber... Jetzt würde ich sagen. Erstmal... Eine kurze Pause. Und dann fliegen wir zurück. Und... Äh. Einoramafnya. Eine kurze Pause. Alles was best for. vagina ist schlecht. Ab wenden. Und nach unten. lite kassier. Auf Players. Von 드heb厳chen. Oh. forbidden mache. Untertitelung des ZDF, 2020